So, herzlich willkommen allerseits zur letzten Einheit in diesem Hörsaal für heute nachmittags. Die Einheit ist dieses Mal eine Demo-Session, eine interaktive. Wir haben jetzt insgesamt 50, 60 Minuten Zeit. Der Vortragende oder Vorzeigende ist Jakob Miksch und wird uns demonstrieren, wie man Geodaten auf der Kommandozeile verarbeiten kann. Grundsätzlich können wir auch gerne während der Demo-Session Fragen beantworten. Es wäre dann sinnvoll, dass wir das Mikrofon verwenden, damit dann auch auf Videoaufzeichnungen für später die Fragestellung klar hörbar ist. Dann übergebe ich einfach das Mikrofon sozusagen an Jakob und viel Vergnügen. Ja, vielen Dank für die Einführung schon mal und es freut mich, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Wie gesagt, es geht heute um GDAL OGA, die Kommandozeilen-Tools. Ich, kurz zu mir, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am ZGIS, also im Fachbereich für Geoinformatik an der Uni Salzburg und bin in unserer Arbeitsgruppe hauptsächlich für die Geodatenverarbeitung zuständig. Und oft hat man immer die ähnlichen oder selben Aufgaben oder man hat es mit sehr vielen Daten, Geodaten zu tun. Und irgendwann bin ich auf das Tool GDAL OGA gekommen und die Kommandozeilen-Werkzeuge. Und ich fand es am Anfang gar nicht so leicht reinzukommen und deswegen dachte ich mir, schreibe ich mir mal ein paar Befehle zusammen und dann ging es eben so weiter. Dann habe ich einen Blog-Eintrag darüber geschrieben und jetzt dachte ich, zeige ich ein paar Beispielen, wie man eben übliche Probleme damit lösen kann. Sonst zu mir, ich bin auch freiberuflich nebenzu etwas tätig, dann bin ich im FOSGIS-Umfeld aktiv, bin also OSGIO-Charter-Member und ich organisiere mit noch anderen Kollegen in Salzburg das Meetup MapTime Salzburg. Also wir treffen uns ungefähr einmal im Monat und reden über Geo-Themen und tauschen uns aus und genau sonst mache ich gerne alles, was mit Open Source Geoinformatik Programmieren zu tun hat. Und ja, fangen wir gleich mal an. Was ist denn GDAL OGA? Also ganz technisch gesprochen ist es eine C++-Bibliothek, die dazu gedacht ist, um verschiedene Geodatenformate ineinander zu überführen. Und man kann GDAL, man muss es nicht C++ benutzen, um auf GDAL zugreifen zu können, sondern es gibt sehr viele andere Schnittstellen. Also man kann zum Beispiel mit Python oder R kann man auf GDAL zugreifen oder eben auch mit der Kommandozeile und GDAL kann man sagen, gehört eigentlich schon zu der kritischen Infrastruktur vom ganzen Open Source-Ökosystem. Also alle großen Programme bauen darauf auf, zum Beispiel QGIS benutzt GDAL hinten, dann POSGIS, MapServer. Genau, das sind, also wie gesagt, das wird immer hinten als Bibliothek benutzt, um alle Daten einzulesen und weiterverarbeiten zu können. Also schauen wir uns erstmal die Webseite an, also einfach GDAL.org und mittlerweile schaut die Website eigentlich halbwegs benutzerfreundlich aus. Vor ein paar Monaten war die noch ziemlich retro ausgeschaut und jetzt hat sie einen neuen Look und Feel, also es ist angenehmer geworden jetzt zum Lesen. Und insgesamt ist es eh so, dass alles sehr gut dokumentiert ist, also es sind auch sehr viele Spezialfälle dokumentiert, davon sollte man sich nicht abschrecken lassen, aber wenn man vorhat, sich jetzt genauer mit GDAL.org zu beschäftigen, dann kommt man früher oder später an der Dokumentation nicht vorbei. Und jetzt zeige ich erstmal, was GDAL prinzipiell kann. Hier gibt es eine Übersicht über alle Raster-Driver, also die Treiber, also alle verschiedenen Raster-Formate, die GDAL lesen und meistens auch schreiben kann. Und ich persönlich kenne die meisten gar nicht, aber es sind auf jeden Fall die alle Gängigen dabei und wenn man jetzt irgendein exotisches Format hat, hat man gute Chancen, dass man es mit GDAL verwandeln kann. Dann hier steht rechts dran, gehen wir nochmal ganz hoch, was man genau mit dem Treiber machen kann und manchmal ist ein bestimmter Treiber nicht bei der Standard-Installation dabei, dann muss man GDAL unter besonderen Voraussetzungen installieren, aber die üblichen Treiber sind normalerweise alle dabei. Dann kann man gleich noch zu den Rastern dazusagen, ursprünglich wurde GDAL auch für Raster-Daten begonnen, aber recht bald kam eben auch die Vektor-Teile dazu und der heißt dann inGDAL OGR und kann eben ganz viele verschiedene Vektor-Daten, also CSV-Dateien, da wird man später drum kommen, Geo-JSON, Geo-Package, GPX und so weiter und noch viel mehr, Postgres. Und zu jedem Treiber gibt es dann auch eine eigene Seite, wo dann speziell dran steht, was dieser Treiber kann und worauf man achten soll. Und weiter unten stehen meistens auch Kommandozeilen, Auszüge, um genau die üblichen Anwendungsfälle eben abzudecken. Dann GDAL ist natürlich Open Source, kann man sich angucken bei GitHub und machen wir mal kurz ein Refresh. Man sieht hier, vor sieben Stunden war der letzte Commit und man kann auch schauen, wer das alles entwickelt und wie lang es das schon gibt. Und hier, man sieht eben, das ist von 1998 bis heute immer in sehr, sehr aktiver Entwicklung. Hat gestartet, wurde durch den Frank Wermadam und wird jetzt hauptsächlich maintained von Evan Roald, aber auch von vielen anderen eben, wird immer regelmäßig beigetragen. Also GDAL ist definitiv eine Software, auf die man sich verlassen kann. Und wie gesagt, heute schauen wir uns die Kommandozeilenprogramme an, da hat auch jede eigene Beschreibung. Zu Raster gibt es ganz, ganz viele und zu Vektor gibt es auch ein paar, allerdings nicht ganz so viele. Und meistens braucht man jetzt OGR-Info, OGR-to-OGR und ich werde auch heute hauptsächlich auf Vektordaten eingehen und eventuell noch einen kurzen Überblick über die Rasterdaten geben. Okay, dann genau zur Installation. Also ich bin jetzt hier auf Linux unterwegs, konkret auf Ubuntu. Da kann man das Ganze mal über den Package Manager installieren oder über Ubuntu GIS Repository kann man sich dann noch die neuere Version installieren. Allerdings für die meisten Operationen, die man braucht, tut es eine ein bisschen ältere Version auch, außer man hat jetzt wirklich ganz, ganz neue Datenformate, dann macht es natürlich Sinn, jetzt eine ganz neue Version von GDAL sich zu holen. Wenn man auf Windows arbeitet, kann man sich die OSGio for Windows, das Programm runterladen oder diese Shell und da sind auch ganz viele Sachen schon vorinstalliert, unter anderem auch GDAL und dann kann man direkt in Windows eben auch die ganzen Kommandozeilen, Tools benutzen. Jetzt habe ich einen Ordner vorbereitet mit verschiedenen Geodaten. Also ich hoffe, jedem ist die Kommandozeile halbwegs vertraut, sonst lernt ihr es jetzt während dem Vortrag ein bisschen. Und wir fangen an mit dem Programm OGR Info. Das ist ein Programm, mit dem man erstmal die groben Informationen über einen bestimmten Layer herausfinden kann. Also bei mir konkret ist es ganz oft so, dass ich bestimmte, dass ich einen Ordner voller verschiedener Daten bekomme. Und ich könnte natürlich dann immer jede einzelne Datei in QGIS reinziehen und mir angucken, aber manchmal sind es auch sehr große Daten oder es dauert einfach viel zu lang. Und dann ist es praktisch, wenn man auch einfach schnell mit der Kommandozeile mal kurz reinspitzeln kann und so gucken, was drin ist. Und ich habe jetzt hier mal ein Geo-JSON mitgebracht, dann ein TIFF, also eine RAS-Datei für später, eine OSM-Datei, ein großes Geo-Package, ein bisschen kleineres Geo-Package, dann eine SQLite-Datei, ein Ordner voller Shapefiles, CSV-Datei und noch GPX-Datei. Und jetzt, ja, der Beamer zeigt es irgendwie nicht ganz an, aber so sollte alles da sein, ja. Gut, dann fangen wir jetzt einfach mal mit dieser Chapters Geo-JSON an und für die Leute, die Geo-JSON kennen oder nicht kennen, das ist im Prinzip eine ganz normale Textdatei, wo alles drinsteht. Und ich kann jetzt OGA-Info machen und Chapters.JSON. Und habe jetzt dann hier, kriege ich jetzt die Information, das Laden hat geklappt und, aber es sind noch nicht so viele relevante Informationen, sondern sagt, diese Datei hat einen Layer, der heißt auch Chapters, also genauso wie die Datei und ist vom Datentyp Punkt. Und wenn ich jetzt mir eben diesen einen Layer anschauen möchte, dann, da muss man sich kurz gucken, eigentlich, ja genau, ich wollte nur in die andere Stelle rein, dann gehe ich OGA-Info-Chapters.JSON, genau, wie gesagt, ich habe hier meinen eigenen, meinen einzigen Layer, dann, um den mir anzuschauen, gebe ich dann einfach den Namen des Layers direkt danach ein und jetzt kriege ich im Gegensatz zu vorher eigentlich viel zu viele Informationen, sondern ich habe hier über 100 Punkte und jeder dieser über 100 Punkte ist jetzt komplett aufgelistet mit allen Attributen und auch der Geometrie. Und um jetzt nur einen Überblick zu kriegen, ist das fast schon zu detailliert und dann kann, um nur eine grobe Übersicht zu bekommen, kann ich jetzt mit den zusätzlichen Parameter SO benutzen, das steht für Summary Only, also nur eine Zusammenfassung anzeigen und bekomme dann hier jetzt eine ganz nette Zusammenfassung, und zwar erstmal, wie der Layer heißt, dann, welcher Geometrie-Typ da ist, wie viele Features, also wie viele Punkte ich habe, dann hier ein Extent, also das sind, nur kurz zur Information, das sind Map-Time-Chapters, also dieses Meetup, von dem ich vorher erzählt habe, das gibt es überall auf dieser Welt und das sind eben alle verschiedenen Orte, die es gibt und das, wenn man es anschaut, den Extent, also ziemlich überall auf der Welt verteilt. Dann kann man sich das Koordinatensystem anschauen und das ist dann erstmal so ein sehr langer String, der vielleicht ein bisschen unübersichtlich scheint, eigentlich, also meistens braucht man eigentlich hier nur die letzte Zeile, da steht dann einfach dran, EPSG, 4, 3, 2, 6, also ganz normale Mercator und da unten stehen dann für jedes Attribut oder jede Spalte steht eben dran, was es ist und welcher Datentyp das ist. Dann gibt es aber auch noch einen Trick, wenn ich jetzt sagen will, ich habe jetzt Chapters, dann kann ich auch sagen, ich mache jetzt minus AL, dann soll er mir von allen Layern, die in dieser Datei vorkommen, die Zusammenfassung geben und ich muss dann nicht extra nochmal nachträglich eintragen, ich will jetzt diesen Chapters layer, aber da komme ich später eben auch noch genauer drauf. Was haben wir denn noch? Wir haben das geliebte Shapefile, das wir alle schon sehr häufig benutzt haben, also besteht immer aus mindestens drei oder vier oder fünf Dateien und ist, also eigentlich immer noch, wird häufig so als der de facto Standard benutzt, es gibt jetzt mittlerweile auch schon Bestrebungen, dass man Geo Package einsetzt anstatt von Shapefile und da werde ich dann auch noch später noch Beispiele bringen. Und um jetzt hier mal anzuschauen, was da drin ist, kann ich jetzt wieder auf meinen, irgendeinen Shapefile gehen und sagen, ich will hier die Zusammenfassung haben und hier ist es eben auch so, wenn ich jetzt hier dieses Shapefile öffne, dann habe ich eben einen Layer, der zufälligerweise genauso heißt wie die Datei, muss zwar nicht so sein und dann kann ich jetzt entweder sagen, ich öffne jetzt wieder den Layer Countries im Shapefile Countries und wie die Zusammenfassung haben, hat sehr viele Spalten und bekomme dann hier eben meine Informationen. Und was ich erst recht spät entdeckt habe, ist, dass GDAL kann einen Ordner voller Shapefiles als eigene Datenquelle erkennen. Und wenn ich jetzt sage, OCR Info von meinem Shape-Ordner, dann sagt er, ich habe jetzt zwei Layer in diesem Ordner und kann so tun, als ob das jetzt quasi eine große Datenquelle wäre, wo es eigentlich nur ein Ordner ist und kann dann sagen, OCR Info von meinem Shape-Ordner und jetzt will ich den Layer Places haben. Und jetzt habe ich das SO vergessen, das heißt, ich kriege jetzt jedes einzelne Feature. Aber genau, ich habe verstanden, was ich meine. Dann als nächstes schauen wir uns mal ein Geo-Package an, zum Beispiel das Natural Earth. Da kurz zur Information, also das hat jetzt, dieses Geo-Package hat jetzt 135 Layer. Natural Earth ist ein freier Datensatz, der weltweit, also auf einer sehr groben Auflösung, Geodaten bereitsteht, also für alle Länder, Flüsse, Berge und das ist eben sehr gut geeignet, wenn man jetzt eine Karte von der ganzen Welt machen will. Und früher waren die ganzen Daten nur als Shapefile verfügbar und heute kann man sich quasi ein großes Geo-Package runterladen, wo dann alles drin ist. Und jetzt kann ich hier mit OCR Info eben dieses Geo-Package öffnen, das ist dann meine Datenquelle und habe hier verschiedene Layer. Und wenn ich jetzt dann mich für irgendeines interessiere, kopiere ich mir das einfach oder sage OCR Info Natural Earth, dann gebe ich diesen Layer-Namen ein, sage Summary Only und bekomme hier meine Information darüber. Dann gibt es noch, eine spannende Sache ist, dass ich zum Beispiel mit OCR und GDA bin ich jetzt nicht darauf geschränkt, auf Dateien, die jetzt bei mir lokal auf dem Computer liegen, sondern ich kann auch Dateien öffnen, die jetzt irgendwo entfernt liegen. Zum Beispiel dieses Geo-Chasen, wo ich vorher gezeigt habe, von den Chapters von Maptime, das gibt es auch online, da kann ich es einfach sagen, OCR Info und habe jetzt hier einfach nur die URL und genau, sehe jetzt, dass es eine kurze Sekunde gedauert, ich weiß nicht, ob ich es gemerkt habe, und wenn ich das Datei lokal habe, dann ist es sofort da und hier wird eben erst auf dem Internet das runtergeladen und ich kann ganz genauso vorgehen, wie mit einer ganzen neuen Datei, die jetzt eben lokal vorliegt. Das Gleiche geht auch mit einem WFS-Dienst, nur kurz zur Wiederholung, WFS ist eben einer von den OTC Web Services, ist eben eine standardisierte Schnittstelle, um Vektordaten auszutauschen und ich kann es hier auch sagen, ich habe jetzt, genau, das ist ein, der WFS-Dienst von der Stadt Salzburg und damit OCR weiß, dass es sich um ein WFS handelt, muss man vorher noch WFS-Doppelpunkt eingeben und jetzt dauert es, was in dem Fall gut ist, weil erst alle Daten geholt werden müssen und jetzt sehe ich hier, ich habe jetzt von diesem ganzen WFS-Service noch ein paar Informationen und alle 55 verschiedene Layer und wenn ich jetzt dann wieder interessiert bin, dann kann ich sagen, WLAN-Hotspots, kann mir den anzeigen lassen, beziehungsweise jetzt hole ich mir alle Features und kann mir dann gleich mal nur auf der Kommandozeile schnell mal angucken, was da eben so drin ist, ohne jetzt da gleich ein Kugels anwerfen zu müssen und wie gesagt, das ist eben für die Datenerkundung ganz gut geeignet. Soweit jetzt zu den üblichen Datenformaten und genau, man muss es noch dazu sagen, das OCR basiert auf dem Simple Feature Modell, also das ist ein Standard quasi, um Geodaten abzuspeichern und eigentlich die meisten Dateien, mit denen man üblicherweise zu tun hat, sind eben nach dem Simple Feature Standard, also Konform, also Shapefile, Geo, Package, aber zum Beispiel OpenStreetMap-Daten haben ihr komplett eigenes Datenmodell und es ist immer ein Problem, wenn man jetzt OpenStreetMap-Daten hat und die dann in ein ganz normales Skills wie QGIS einspielen will, weil man dann die OSM-Struktur in eine Simple Feature Struktur reinpressen muss und da gibt es ganz viele Lösungen, also OCR stellt eben eine bereit, die in manchen Fällen ausreichend ist, in manchen Fällen nicht, sonst gibt es auch noch, wie heißt es, OSM to PGSQL, also wenn man direkt von OpenStreetMap in Postgres reinladen will, in Possen gibt es, dann gibt es Osmium-Kommandozahlen-Tool, mit dem man auch noch machen will und OCR kann man das eben auch und schauen wir jetzt einfach mal eine OpenStreetMap-Datei an, die heißt Freiburg-OSM-PBF und hier spaltet OCR-Info jetzt die OpenStreetMap-Datei in Punkte, Linien, Multilinien, Multipolygonen und andere Relationen auf. Es kann sein, dass es genau das ist, was man braucht, aber muss nicht zwingend so sein und jetzt kann man sich auch mal wieder einen Layer anschauen, zum Beispiel den Points und jetzt wollen wir nur die Summary haben und was hier interessant ist, hier steht Feature-Count-1, das heißt, er kann die Features erstmal gar nicht zählen, das heißt, also in dem Fall müsste man jetzt quasi die ganzen Details erstmal prozessieren und dann kann man erst die Features zählen, also das ist quasi eine Möglichkeit mit OSM zu interagieren, aber hat auf jeden Fall auch Nachteile. Dann ähnlich ist mit GPX, da schauen wir uns das auch mal an, wie das aussieht. Da ist es so, dass das GPX, nur noch mal zur Wiederholung, das ist eben ein Format, um GPS-Spuren auszutauschen und das nur kurz zur Info, das kann man sich auch anschauen, also schaut jetzt nicht so attraktiv aus, aber es ist im Prinzip eine XML-Datei, wo alles, jeder Punkt eben abgespeichert ist. Also könnte man sich direkt den Texteditor anschauen und zusammenbauen und OGR kann damit eben auch umgehen und spaltet das wiederum in Waypoints, Routes, Tracks und so weiter auf und üblicherweise sind die Trackpoints ganz interessant. Können wir mal reinschauen, Trackpoints, genau das habe ich mir alle ausgeben lassen und zeigt dann eben alle meine Punkte an und dann gibt es noch Tracks, wieder vergessen hier und zeigt mir eben halt dann, ich habe genau ein Feature, nämlich die eine Linie, die mein GPS-Track eben darstellen soll und eben verschiedene Informationen dazu. Gut, jetzt haben wir uns angeschaut, wie man Informationen über Vektordaten bekommt, jetzt verwandeln wir Vektordaten und dazu gibt es dann das Programm OGR to OGR. Wir starten das einfach mal so. Das hat sehr viele Funktionen, wie man hier sehen kann und man soll, also wenn man jetzt eben anfängt, wirkt das erstmal sehr überfordernd, aber man kann erstmal mit den kleinen Beispielen anfangen und irgendwann im Laufe der Zeit lernt man diese ganzen Möglichkeiten besser kennen. Wenn man noch interessierter ist, kann man die Man-Page aufrufen. Da steht dann wirklich alles sehr ausführlich drin, beziehungsweise auf der Website kann man auch alles genau nachlesen. Gut, wir haben ja vorher über Shapefiles geredet und ich persönlich mag sie nicht so gern, deswegen konvertiere ich es mir gleich mal. Ich habe hier meinen Shapefile-Ordner, jetzt lösche ich noch kurz meine vorherige Ausgabedatei und sage, ich möchte jetzt mir ein Geopackage erzeugen, deswegen sage ich, muss ich jetzt sagen, minus f und mir dann danach spezifizieren, welchen Vektordatentyp ich haben will und ich möchte ein Geopackage haben, das nenne ich out.geopackage und dann sage ich, was ich jetzt vorher, was ich jetzt von Inputdatei haben möchte, dann nehme ich jetzt Shape und places.shape und jetzt habe ich keine Rückmeldung bekommen, das ist in dem Fall sehr gut. Jetzt schaue ich mal nach, was hier drin ist und ich habe jetzt hier eine neue Datei, die heißt out.geopackage. Ich schaue die mir an und habe eben genau diesen places-layer drin, kann ich auch nochmal reinschauen und habe eben schnurstracks das konvertiert und dass ich jetzt Kugels öffnen muss, den Layer reinziehen, dann in Layer-Tree gehen, rechte Maustaste speichern, unter Pfad wählen und so weiter. Das kann ich dann innerhalb von einer Sekunde mit OGA to OGA machen. Das ist eben ein häufiger Anwendungsfall, dass ich Datenformate konvertiere und da muss man auch gleich dazu sagen, da kommen wir auch noch später dazu, es gibt, man kann wirklich fast alles in alles konvertieren. Ich kann auch beispielsweise mir direkt den WFS nehmen und konvertieren und direkt ein Geo-Package rausspielen oder ein Shapefile oder ein Geo-Chasen. Also ich kann alles mit allem machen und da ist quasi nur der Fantasie dann Grenzen gesetzt. Also das ist ziemlich mächtig, wenn man mal die Grundstruktur verstanden hat. Wir haben bis jetzt alle, das Shapefile hat jetzt das Koordinatenreferenzsystem 4, 3, 2, 6, also das Latitude-Longitude-Merkator und wenn ich jetzt das in ein anderes haben möchte, dann gibt es dann eine einfache Option, die heißt Minus TSRS, das steht für Target Reference System, das heißt der Layer, den ich reingebe, muss vorher schon ein Koordinatensystem haben und dann kann ich jetzt ein neues zuweisen. Das nehme ich jetzt einfach mal EPSG 3857, das ist Web-Merkator, was man hauptsächlich für Web-Maps benutzt und ging wieder recht schnell, dann schaue ich mir mal an, was jetzt drin ist, habe wieder diesen einen Layer, places minus SO und will wieder zu meiner, genau hier habe ich jetzt meine Information zum Koordinatensystem und kann mir unten anschauen, okay, es hat geklappt, das ist in das Koordinatensystem verwandelt worden, was ich haben möchte. Und man denkt sich immer, man kann das alles ja auch mit QGIS machen, das stimmt, aber wenn man jetzt beispielsweise 10.000 Layer hat, dann wird es schwierig, das mit QGIS zu automatisieren, das geht sicher auch, aber mit der Kommandozeile, also ob es Linux ist oder Windows, kann man sich ein einfaches Skript schreiben, wo man sagt, für alle Dateien in meinem Ordner sollen sie jetzt verwandelt werden oder das Koordinatensystem umgewandelt werden und damit kann man sich eben sehr viel Zeit sparen oder eben auch fehlerhaftes manuelles Bearbeiten eben vermeiden. Okay, dann ein häufiger Anwendungsfall, den ich sehe, ist, dass man eine CSV-Datei hat. Da habe ich auch eine vorbereitet, die kann man jetzt einfach mal anschauen, also nicht sorgendlich spektakulär, ich habe vier Spalten, ID, Name, Breitengrad, Längegrad und drei Städte, Salzburg, Heidelberg, Trondheim. Und das möchte ich jetzt auch als gültigen Layer exportieren. Und da kann ich sagen, ja, ich mache das jetzt einfach mal wie vorher, OGR to OGR. Ich habe jetzt mein, ich will wieder ein Geo-Package haben, nenne das OutGeo-Package, also ich überschreibe das alte und als Input nehme ich jetzt eben meine Städte. Ist schon fertig, schaue ich es mir mal an. Und was jetzt passiert ist, ich habe in meinem Geo-Package einen einzigen Layer, aber hier steht None, also es ist keine Geometrie da. Und wenn ich jetzt mir die einzelnen Features anschaue, dann habe ich jetzt auch alles ordnungsgemäß eingetragen, aber ich habe eben kein Koordinatensystem und keine Geometrie. und es ist eigentlich auch logisch, weil woher soll denn OGR wissen, was jetzt Latitude und Longitude ist. Und um das zu machen, gibt es jetzt auch wieder einfach neue Optionen und zwar heißt die Output-Option, obwohl ich kopiere es mir wahrscheinlich lieber, das ist fehlerfreier. Genau, ich habe jetzt hier die zusätzliche Option minus OO, das heißt Output-Option und die ist jetzt für jeden Layer oder für jede Datenquelle unterschiedlich und bei CSV gibt es eben halt diese Output-Option x-possible-Names, da kann man jetzt angeben, wie das heißen soll oder y-possible-Names. Und wenn ich das eben jetzt starte, dann kann man es jetzt nochmal angucken, jetzt heißt es Output und jetzt habe ich einen Punkt, jetzt schaue ich mir mal an, was drin ist und jetzt sehe ich aber immer noch, oho, das hat immer noch kein Koordinatensystem und da ist eigentlich auch wieder logisch, woher soll OGR denn wissen, in welchem Koordinatensystem ich meine Koordinaten habe, es könnten jetzt auch UTM sein oder alles Mögliche und dazu, um OGR das mitzuteilen, gibt es die Option A, SRS, also Assign, Koordinatensystem, also weise ein Koordinatensystem zu, wenn noch keins vorhanden ist und ich sage das, weil ich das eben weiß, es ist EPSG 4326, schaue mir das wieder an, Output heißt es, genau, mache ich wieder meinen Trick mit A, L, S, O und habe jetzt hier mein richtiges Koordinatensystem. Genau, und so kann man sich eben CSV-Dateien in jedes beliebige Format schnell umwandeln. Wenn ich jetzt sage, ich habe doch eher Lust auf Geo-JSON, dann sage ich jetzt einfach, hier soll es ein Geo-JSON werden, nenne ich jetzt Output-JSON, schaue mir das mal an, wie das geschrieben ist, Output-JSON, genau, und habe jetzt hier ein JSON, wo jetzt genau das, was vor MCSV drin war, als Geo-JSON ist. Und wie gesagt, jedes beliebige Format, wo man sich vorstellen kann, kann man damit benutzen. Okay, dann häufig, hat man eine PostGIS-Datenbank, also für die, die sich noch nicht mit Datenbanken gearbeitet haben, ich kann es nur empfehlen, sich damit zu beschäftigen und jetzt im Open-Source-Geo-Bereich hat sich jetzt PostGIS als auch so der de facto Standard durchgesetzt, also lohnt sich, sich damit zu beschäftigen. Es ist eben eine ganz normale Datenbank, die Postgres-Datenbank mit der PostGIS-Erweiterung, die dann neben den normalen Datentypen eben noch räumliche Datentypen wie Punkte, Linie, Polygone hat und auch noch ganz viele verschiedene Operationen und ist eben unglaublich schnell und es können mehrere Benutzer gleichzeitig drauf schreiben und lesen und hat eben sehr viele Vorteile, weil man jetzt eben viele Daten hat und viele Nutzer, die gleichzeitig drauf arbeiten. Ich habe schon eine vorbereitet, eine Datenbank und um die anzuschauen, muss ich jetzt hier das Kürzel PG machen und dann ist es so, dass eine Datenbank, die hat immer sehr viele Verbindungsparameter, jetzt habe ich es mir recht leicht gemacht, weil die Datenbank ganz lokal bei mir läuft, sie könnte aber jetzt auch am anderen Ende der Welt auf irgendeinem Server liegen, dann müsste ich jetzt noch angeben, wie der Server heißt, was mein Benutzername ist, was mein Passwort ist, aber in dem Fall ist das alles schon am Computer eingespeichert, deswegen ist das jetzt verhältnismäßig kurz und ich habe jetzt hier fünf verschiedene Layer drin und die kann ich mir jetzt eben auch alle angucken, wenn ich interessiert bin, was das jetzt genau ist und bekomme dann diese Info. Jetzt aber die Frage, jetzt möchte ich eben Daten rein spielen. Genau, was haben wir hier drin? Probieren wir mal die Chapters reinzuspielen. OGR to OGR, dann muss ich jetzt sagen, hier der Ausgabetyp soll Postgres sein, pgdb name ist jakobdb und dann Postgresql wahrscheinlich. Dann schauen wir mal nach, ob es geklappt hat oder ich kann auch wieder nach vorne springen. Ja, und ich habe jetzt hier eben noch einen neuen Layer Chapters dazu und so schnell habe ich jetzt meinen Layer in Postgres reingeladen und kann das dann auch beliebig weiter benutzen. Da schauen wir uns jetzt nochmal einen Spezialfall an und zwar, wenn ich jetzt mal meine Shapefiles anschaue beziehungsweise ich will jetzt eines der Shapefiles reinladen, die ich jetzt vorher schon mal gezeigt habe. Nämlich die Countries.shape. Dann plötzlich meckert er und sagt, hier passt irgendwas nicht. Schauen wir mal, was los ist. Aha, dann sagt er hier, Warnung, die Geometrie, die man denkt, dass es ein Polygon ist, aber die Layer-Geometrie ist ein Multipolygon. Das liegt daran, dass jetzt das Shapefile, wo ich habe, ein Multipolygon ist und OGA erstmal nur mit diesen einfachen Polygonen arbeitet und um das jetzt eben zu umgehen, gibt es dann eine zusätzliche Option, die heißt NLT, steht für New Layer Type, also neuer Layer Typ und da kann ich sagen, das soll jetzt Promote to Multi sein, also das soll, hoppala, Promote to Multi und das sagt dann OGA, wenn es jetzt ein Multityp ist, dann soll jetzt, also im Ursprungslayer, soll in der Ziel-Datenquelle eben auch ein Multilayer erzeugt werden. Das hat jetzt geklappt. Das schaue ich mir nochmal kurz an, ob das auch passt. Und ich habe den eben vorher schon drin gehabt, aber genau, es hat eben funktioniert, dass ich jetzt das als Multi-Geometrie reingespeichert habe. Okay, dann kann ich mir das Ganze auch natürlich den Spieß umdrehen. Ich kann alles, was ich jetzt in der PostGIS-Datenbank habe, kann ich wieder exportieren und oft ist es so, dass die Leute, die die Geodaten haben wollen, nur Shapefiles wollen und das ist ziemlich unschön mit einer Datenbank, die als Shapefiles zu exportieren, aber es geht. Ich zeige es euch jetzt einfach mal, obwohl ich eigentlich kein Fan da bin, von Shapefiles zu exportieren, aber man braucht es leider oft genug. Und das Gute ist, man kann jetzt einen Ordner angeben, wo die Shapefiles reingespeichert werden und dann gebe ich wieder meine Verbindung an, db name, ja, Jakob, db, ah ja, klassischer Shapefile-Problem. Ich habe irgendeinen Layer, der mit UTF-8 kodiert ist und Shapefile kann nur ein anderes Encoding und deswegen gibt es irgendwelche Fehler, aber jetzt schauen wir mal rein. Ich habe jetzt hier diesen neuen Ordner, meinen Ordner und genau, habe einen wunderschönen Ordner mit lauter Shapefiles und die kann ich jetzt dann jemandem zippen und per E-Mail schicken und jemand kann sie dann öffnen. Aber was angenehmer ist, ist, wenn ich eine ganze Datenbank, kann ich auch als Geopackage exportieren, mein geopackage.gpkg und jetzt habe ich hier nur eine einzige Datei und habe eben alle Layer, die vorher in der Datenbank drin waren, jetzt hier im Geopackage und kann das ganz gemütlich an den Kollegen weitergeben. Und was auch noch spannend ist, jetzt lösche ich das nochmal. Ich kann jetzt auch sagen, ich möchte von meiner Datenbank, möchte ich jetzt nur bestimmte Layer exportieren, dann nehme ich mal diesen Chapters und Places. Also ich habe jetzt, nur zur Info, ich habe jetzt hier nochmal die Datenquelle angegeben und danach kann ich eben auflisten, welche Layer exportiert werden sollen und dann schaue ich mir das nochmal an, mein Geopackage und habe eben nur diese beiden Layer drin, das ist eben auch angenehm, weil man jetzt eine große Datenbank hat und man möchte etwas weitergeben, aber nicht alle Layer, dann kann man das auf die Art und Weise machen. Okay, dann gehen wir jetzt, jetzt genau, das hatten wir gerade, PostGIS, weil es auch keine klassische Datentyp ist, wo man jetzt, oder kein Geodatentyp, wo jetzt irgendwo rumliegt, als Datei rumliegt, jetzt auch eben als Verbindung bereitsteht und das gleiche eben, jetzt wie wir vorher schon gesehen haben mit Jasons oder irgendwelchen anderen Datei, die im Internet liegen, da nehme ich mir jetzt wieder meinen Geo-Jason, das ich vorher schon benutzt habe und das kann ich jetzt zum Beispiel auch einfach nehmen und sagen, ich mache jetzt OGA to OGA, wähle jetzt mein Geo-Package, das nenne ich jetzt Chapters2.gpkg und gebe das ein und habe, wenn ich jetzt schaue, sofort mir aus dem Internet runtergeladen, das Geo-Jason und auch sofort verwandelt in ein Geo-Package oder auch in jedes andere Format, wo ihr wollt und das gleiche probieren wir jetzt noch mit dem WFS, also ich oder schauen wir uns nochmal an, OGA-Info. Genau, es dauert eben, weil es eben aus dem Internet gezogen wird und habe jetzt wieder meine ganz vielen verschiedenen Layer und kann dann sagen, OGA to OGA und ich möchte jetzt wie ein Geo-Package haben, WFS-Export.geo-Package und gebe dann meinen WFS-Layer an und sage aber, ich möchte jetzt irgendein Layer haben, ich weiß zwar nicht genau, was drin ist, probieren wir mal noch was anderes, das hat irgendwie einen komischen Datentyp. Jetzt wird der runtergeladen und schauen wir mal kurz rein, OGA-Info WFS und ich habe jetzt eben genau diesen Typ in diesen Layer als Layer in meinem Geo-Package und kann das sofort weiterverarbeiten und in QGIS oder wo auch immer benutzen. Gut, soweit zum Verwandeln von Daten. Jetzt kann OGA und GDAL generell kann auch Analysen machen oder eben auch Daten jetzt quasi auch spezifischer verarbeiten, also wirklich auch die Daten an sich und nicht nur das Koordinatensystem oder den Datentyp und da nehmen wir jetzt einen neuen Layer, schauen wir uns mal an und zwar Places heißt der. Da habe ich jetzt, den habe ich ursprünglich von Natural Earth und hier sind einfach ganz viele große Städte auf der ganzen Welt und die haben jetzt die Spalten Name und Population und da kann ich jetzt sagen, ich möchte eine Bedingung haben und ich möchte jetzt nur Städte haben, die eine bestimmte Bedingung erfüllen und beispielsweise sage ich jetzt, ich mache OGA to OGA, will jetzt was exportieren, ein Esri Shape File mal wieder und gebe meine Datenquelle an, das ist Places und hier kann ich jetzt, jetzt mache ich mal eine neue Zeile, damit es ein bisschen übersichtlicher wird, einen Option einfügen, die heißt Where, also eine Bedingung muss erfüllt sein und zwar Population über 100 oder sagen wir mal, wir wollen das nur kleine Städte und ich und ich habe es vergessen, ja das wird es, da komme ich gerade nicht mehr die Zeile zurück, ich habe den falschen Namen gewählt, Out Punkt Shape Places GPKG Places und dann Where Population kleiner 500.000 scheint klappt zu haben nur das Shape File wieder Probleme mit dem Encoding hat dann schauen wir nach hier haben wir dieses Out Shape File OGA Info Out Shape File und hier haben wir jetzt eben nur Städte, die kleiner sind als 500.000 und da komme ich auch später noch dazu, das was jetzt in diesem Where drin steht, das ist im Prinzip eigentlich nur SQL und das ist eben nur ein kleiner Ausschnitt davon, jetzt haben wir aber noch einen anderen Anwendungsfall und zwar kann man sagen, jetzt machen wir wieder was anderes, machen wir mal wieder ein Geopackage Ausgabe.geopackage von den Places und jetzt möchte ich nur von einer bestimmten Region haben und da kann ich sozusagen eine Boundingbox angeben mit Koordinaten, die schaue ich mir geschwind nach hier, da habe ich mir Europa schon mal rausgesucht und ging ganz schnell, jetzt schaue ich mir das mal an, OGA Info Ausgabe und genau, ein Layer, der heißt Places und ich will nur die Zusammenfassung und ja, hier haben wir jetzt auf jeden Fall weniger Features als vorher und hier von Extent, also es ist nicht die ganze Welt, sondern minus neun ist halt irgendwo im Atlantik zu sein und ja, also es ist auf jeden Fall dann nur die Städte von ganz, nur die bestimmten Boundingbox drinnen sind und ihr werdet euch wahrscheinlich nicht großartig wundern, aber man kann die beiden Sachen auch kombinieren und sagen, ich möchte jetzt nur noch europäische Städte haben, die größer sind als eine Million und schaue die mir mal an, Ausgabe sag mal alles und hier haben wir Paris, Rom, Moskau, Istanbul, London und so weiter und eben mal nur, was ich jetzt in Europa habe, es gibt schon mal ganz schön viele, gar nicht gedacht, wie auch immer, also kann man viele Sachen entdecken und wie ich schon gesagt habe, das ist im Prinzip nur eine Erweiterung von SQL, also dann kann ich jetzt noch machen wir eine neue Zeile, damit es verständlicher wird, für die Leute, die SQL nicht kennen, das ist eine Abfragesprache für Datenbanken und eben speziell dazu gedacht, um in Datenbanken bestimmte Sachen abzufragen, Bedingungen zu formulieren und es ist auch eine sehr mächtige Sprache und lohnt sich auf jeden Fall auch, sich damit mal auseinanderzusetzen und da kann ich jetzt ein sogenanntes Select Statement machen, das heißt, ich wähle mir eine bestimmte Layer aus und sage, ich möchte jetzt bestimmte Spalten von diesem Layer haben, die auch eine bestimmte Bedingung erfüllen und dann fangen wir einfach mal an und zwar Select, was haben wir gesagt, Name und Population und der Layer, das haben wir uns gemerkt, hieß Places, schauen wir einfach nur im Prinzip, ob es funktioniert, das kommt dann später noch, aber jetzt haben wir jetzt noch mal diese Ausgabe, schauen wir noch mal kurz nach, ob das jetzt nur Europa ist oder alles und genau, jetzt haben wir hier schon mal das Problem, ich habe keine Layer, das Koordinatensystem ist unbekannt und keine Geometrie und das liegt daran, dass wir vergessen haben, die Geometrie mit abzufragen und das ist normalerweise, hat die den Namen Geom. Ja genau, und jetzt haben wir ganz normal unseren Layer mit den bestimmten, mit allen Städten und auch als ordentliche Geometrie und jetzt kann ich mit dem Wort VAR, das haben wir ja vorher schon kennengelernt, nur als OGA-Option, aber jetzt kann ich das auch zusätzlich noch in SQL nehmen und da kann ich jetzt sagen, ich möchte jetzt alle Städte, deren Population größer als 500.000 ist und also mit dem AND-Wort kann ich jetzt noch weitere hinzufügen, also eben wirklich so viel man möchte und da sage ich jetzt Population soll kleiner sein als eine Million, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gemacht und schauen wir mal nach, Ausgabe Blazes jetzt ist so, dass ich einen neuen Namen habe und der heißt Select, was jetzt ein bisschen verwirrend ist, da muss ich jetzt noch einen neuen Namen geben, das mache ich mit der Option NLN, das heißt New Layer Name und ich sage jetzt einfach Orte. Dann habe ich jetzt hier diesen Layer Orte mache eine Summary und habe jetzt weniger, also ich kann es nicht, obwohl wir können auch sogar die ganzen einfach mal anschauen und schauen, ob das jetzt stimmt, das hat jetzt eineinhalb Millionen, das hat ungefähr eine Million, also meine Abfrage mit diesen beiden Bedingungen, also über eineinhalb Millionen, unter eineinhalb Millionen hat sie klappt und das Spannende ist, ich kann das jetzt nicht nur mit einer Spalte machen, sondern ich kann das auch kombinieren mit ganz vielen verschiedenen Spalten und ich kann das auch verbinden mit der Geometrie, das heißt, ich kann sagen, ich möchte jetzt Städte haben, deren Einwohnerzahlen bestimmte Bedingungen erfüllt und ich möchte, dass die in einer bestimmten Region liegen und ich möchte, dass der Name mit A, B oder C anfängt und das kann ich auch alles mit SQL ganz leicht beschreiben und dann mit OGA benutzen und dann kriege ich genau diesen Layer, der diese Bedingungen erfüllt. Was ich eben noch machen kann ist, jetzt wird es langsam ein bisschen unübersichtlich, ich hoffe, ihr blickt noch durch, aber es gibt ja auch das Video, das könnt ihr euch nochmal anschauen. Jetzt kann ich sagen, ich möchte, also ich habe jetzt den Namen von dem Layer schon geändert und jetzt kann ich auch die Namen der einzelnen Spalten ändern. Jetzt sage ich, Name soll jetzt einfach Stadt heißen und Population Bevölkerung und dann schaue ich mir das nochmal an und ich habe jetzt hier unten eben bei meinen Attributen heißt es eben Stadt und Bevölkerung und das habe ich jetzt zum Beispiel auch schon benutzt, um Daten zu reinigen oder zu, ich habe halt ganz viele Daten gekriegt mit lauter Spaltennamen, die ich nicht verständlich gefunden habe und habe dann jetzt mir ein OGA-Skript geschrieben, ein längeres, wo ich dann genau für jede einzelne Spalte sage, wie sie dann heißen soll und man kann auch sogar sagen, welchen Datentyp sie dann schlussendlich haben soll und das Angenehme ist, dass es eben reproduzierbar ist, das heißt, ich kann das später auch nochmal machen oder ich kann jetzt, wenn ich einen bestimmten WFS-Dienst habe und dann kann ich mir daraus ein bestimmtes Geo-Package erstellen mit bestimmten Namen, die ich eben haben will von einer bestimmten Region und wenn das WFS dann in einer Woche, wenn der jetzt quasi aktualisiert wurde mit neuen Daten, dann kann ich einfach dieses OGA-Skript nehmen und nochmal durchlaufen lassen, habe genau meinen Layer, den ich haben wollte und vorher hätte ich halt in QGIS wieder ein Layer reinziehen müssen und dann wieder tausend Klicks machen und genau, wäre viel aufwendiger. Man muss sich eben einmal mit dem Syntax von OGA und vertraut machen und dann geht's. Okay, dann sind wir mit OGA fast schon fertig. Jetzt haben wir noch eine Sache, die ich jetzt auch erst relativ neu entdeckt habe, die ich relativ spannend finde und zwar sogenannte virtuelle Layer, die quasi nur eine Referenz zu einem anderen Layer bilden und dazu gibt's das Kommandozeilenprogramm OGA-to-vrt.py und man muss dazu sagen, das ist nicht in der normalen Installation drin, sondern das kann man sich einfach bei dem GitHub-Repository irgendwo runterladen. Ich weiß gerade auch nicht mehr genau, in meinem Blog-Eintrag steht's drin und das funktioniert so, man hat eine Daten-Source, die reingeht und einen Namen von einem virtuellen File, das rauskommt. Hört sich noch sehr kryptisch an, aber ich erkläre gleich, worum es geht. Ich sage jetzt OGA-to-vrt und nehme einen meiner Layer, zum Beispiel des Chapters .json, das hatten wir schon öfter und dann virtuell.vrt. Jetzt haben wir irgendeinen Fehler, haben wir vielleicht einen anderen. Ah ja, ich habe das falsch geschrieben. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, was diese virtuelle Datei kann. Das ist in eine ganz normale Textdatei, in XML geschrieben, also schaut es ein bisschen wild aus, aber wenn man sich mal sich kurz mal Zeit genommen hat, dann ist es eigentlich ganz leicht. Im Prinzip werden jetzt hier verschiedene OGA-Layer zusammengefasst und nach außen als eine einzelne Quelle angegeben und da kann ich jetzt hier den Namen steht drin und dann welche Koordinatensystem ist und welche ganzen Attribute und wenn ich jetzt mit OGA-info mir das anschaue, dann sehe ich diese Datenquelle, was auch immer das sein mag, hat eben einen Punkt oder einen Layer, der vom Typ Punkt ist und ich kann jetzt auch die mal editieren. Da kann ich jetzt sagen, der Name soll jetzt auch mal Orte sein und dann schauen wir noch mal nach, virtuell und jetzt heißt er eben Orte, obwohl der ursprüngliche Layer sich gar nicht verändert hat. Also hier ist nur eine Referenz und in dem Fall ist es eigentlich relativ langweilig, weil ich habe die Datei ja eh rumliegen, aber wo es dann eigentlich spannender wird, ist, wenn ich jetzt das kombiniere mit zum Beispiel einem entfernten Layer, da kann ich jetzt sagen, mein WFS-Layer, den ich vorher schon hatte, das soll jetzt eine virtuelle Datei werden, jetzt dauert es wieder ein bisschen, weil alle Infos vom Internet runtergeladen werden und diese Datei ist jetzt relativ lang, ziemlich lang oder wird jeder Layer einzeln beschrieben und da könnte das jetzt auch ändern, wenn man will, man kann es hier zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt von manchen Layern nur bestimmte Attribute haben und das kann ich mir jetzt wiederum anschauen und habe das jetzt hier als ganz normalen Layer, den ich jetzt so benutzen kann, hier ist irgendein Fehler, den ich jetzt gerade auch nicht verstehe, aber wie gesagt, normalerweise funktioniert und man muss auch sozusagen dieses Skript, dieses OGA virtuelle Layer ist auch nur ein Hilfs-Skript, es ist eigentlich ursprünglich dazu gedacht, dass man diesen XML-Dateien von Hand bearbeitet und dieses OGA to VRT bietet einen guten Grundstock und in der Dokumentation online gibt es eben noch viel mehr Möglichkeiten, was man mitmachen kann und was ich auch noch praktisch finde, also QGIS beherrscht das auch, diese virtuellen Layer zum großen Teil zum Ende ist und was hier jetzt zum Beispiel noch praktisch ist, ich kann dann jetzt eine Datenbank-Verbindung auch sogar reinsetzen, das haben wir vorher gehabt, DB, Name, Jakob, DB und dann PG dann habe ich jetzt hier meine Datenverbindung drin und Datenbank-Verbindung und dann muss ich jetzt nicht immer meine ganzen Daten, meine ganzen Passworte und alles mögliche eingeben, sondern ich könnte es da speichern, muss halt dann auf Security wieder aufpassen, aber das ist prinzipiell ein spannendes Werkzeug. Gut, dann haben wir jetzt fast nur Vektor gemacht, jetzt schauen wir noch ganz geschwind in das in die Raster rein und zwar haben wir eben hier ein mittelchen ganz schön viele Layer hier oben haben wir ein TIF das kann man jetzt eben anschauen mit GDAL-Info und also das ist Pandor zu OCR-Info und kann mir eben hier die ganzen Informationen rausholen und insgesamt also gibt es auf jeden Fall extrem viele Möglichkeiten, wie man auch mit Rasterdaten und GDAL-OCR umgehen kann und also wenn ihr eben viele Rasterdaten habt, dann könnt ihr die auch automatisiert verarbeiten. Also ich hatte eben mal den Fall, dass ich so Drohnen Bilder bekommen habe, wo eins irgendwie sehr, sehr viele Gigabyte groß war und ich musste dann die Projektion umwandeln und das war schon mal das Problem, dass ich dann das in QGIS überhaupt gar nicht reinladen konnte, weil das dann irgendwie abgestürzt ist, weil wenn ich jetzt mehrere Gigabyte Rasterdatei reinlade, dann packte das einfach nicht und außerdem hatte ich einen ganzen Ordner voll und dann habe ich mir eben ein Skript geschrieben, wo ich gesagt habe, ich will jetzt eigentlich nur das in ein anderes Kolonatensystem umprojizieren und mache das, dann habe ich das gestartetes Skript, bin zum Mittagessen gegangen, zum Kaffee trinken und danach war es irgendwann fertig und genau, man kann sich da recht viel Arbeit ersparen oder auch andere Sachen wie Pyramiden bauen, also es ist ja auch, wenn man jetzt eine Rasterdatei zum Beispiel im Geo-Server teilen will oder in QGIS anschauen will, damit es relativ performant geht, dann baut man sogenannte Übersichten oder auch Pyramiden genannt und die kann man auch mit GDAL erzeugen lassen und wenn man das dann wiederum eben für 100 Gigabyte von Rasterdaten machen lassen will, kann man das theoretisch auch mit QGIS machen, aber mit GDAL ist eben sehr viel angenehmer. Gut, dann wäre ich für das Erste am Ende. Danke. Ja, vielen Dank Jakob für diese sehr ausführliche Demo-Session. Ich denke für jeden waren dann viele neue Informationen bereit dabei. Wir haben vielleicht Zeit für ein, zwei kurze Fragen, sonst würde ich vorschlagen, dass man einfach danach beim Schwätzli einfach zusammenkommt und dann Detailfragen erklärt. Also wem etwas auf der Zunge brennt, einmal da bitte kurz. Nur ganz kurz, so was wie Union geht auch oder geht da nur Datenbearbeitung? Also das mit mehrere Layer miteinander, ja das geht auch, also genau, es gibt entweder noch die Option minus Append heißt die, da kann ich jetzt dann was dazufügen oder auch OGR Merge, da kann man mehrere Layer dann zu einem zusammenfügen. Ja. Ja. Wir transformieren ja ungern nach S-Reshape-File, deswegen traue ich mich gar nicht die Frage zu stellen, aber schreibt der OGR auch nach args.de? Können wir nachschauen? Ich denke schon, dass es zumindest... Ich wusste, dass er das mal gelesen hat, ich weiß aber nicht, ob er es inzwischen schreiben kann. Ja, also ich habe damit noch nie was gemacht, aber also ich kann es auf jeden Fall aus dem Stand nicht beantworten. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie unterstützt wird, aber da müssen wir eben einfach eine Dokumentation nachlesen und da wird es dann genau beschrieben. Kann man Daten auch ausschneiden? Also, dass ich jetzt sage, ich habe ein Bundesland für bestimmte Daten und will die auf die Kreise oder Landkreise, Städte oder Gemeinde runterbrechen? Also, quasi... Ich habe die Landkreise zum Beispiel einzeln und habe jetzt aber die Daten von dem ganzen Bundesland und möchte die jetzt den Landkreisen zur Verfügung stellen und kann ich das dann auch damit machen? Ach so, dass quasi jeder Landkreis nur den bestimmten... Richtig. Ja, das geht... Also, wahrscheinlich jetzt muss man sich ein bisschen hinsetzen und dann diesen Befehl sich überlegen, aber ja, sollte problemlos gehen eigentlich. Also, kann man entweder machen über... über die Boundingbox oder über die Geo, ob es überlagert, aber... Also, hört sich ein bisschen komplizierter an, aber ich bin mir sicher, dass es geht. So, dann bitte noch einen großen Applaus für Herr Jakob. Danke. Applaus Applaus Applaus